So Leute, was geht ab? Willkommen zurück hier auch in einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal und diesmal ein bisschen ein anderes Video und zwar diesmal gibt es kein Content von mir. Jetzt möchte ich mich einfach mal hier hinsetzen und einfach mein Jahr mit dir hier teilen, so ein kurzes Jahres-Recap, 2021-Recap, was bei mir alles passiert ist. Und zudem will ich mich dann später auch noch bei dir, bei euch allen hier draußen bedanken, bei jedem Einzelnen, der hier gerade zuschaut. Und ich versuche hier jetzt auch einfach mal gar nicht großartig irgendwie rumzukutten oder so. Ich habe mich hier jetzt einfach mal ein paar Notizen gemacht und deswegen werde ich hier hin und wieder ein bisschen auf mein Handy schauen. Und wie gesagt, also 2021 war ein crazy Jahr für uns alle, natürlich auch mit der aktuellen Situation. Ich möchte jetzt hier einfach mal, wie gesagt, so mein Jahr ein bisschen kurz mit dir teilen. Wirklich, ich glaube, das Video wird nicht lang, aber wie gesagt, ich will dir einfach erzählen, was alles passiert ist. Und deswegen, ja, würde ich auch sagen, wir legen direkt mit dem ersten Punkt los und zwar, ja, mit den Ups und Downs. Und das war dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr krass. Also dieses Jahr hatte extrem viele Höhen und Tiefen. Also ich war wirklich wieder an Punkten angelangt, wo ich gesagt habe, boah, okay, jetzt geht es mir richtig kacke vom Kopf her. Es sind viele Sachen gekommen, so wie ich dachte oder wie ich nicht dachte. Das heißt, viele unerwartete Dinge und so weiter. Natürlich, so ist das Leben, aber trotzdem, wir hatten verdammt gute Zeiten. Ich hatte verdammt gute Zeiten dieses Jahr, aber auch wirklich Phasen, wo es mir psychisch nicht so gut ging, weil einfach extremer Druck auf mir gelastet hatte und so weiter. Aber wie jedes Jahr viele Ups und Downs auf jeden Fall. Dann der nächste Punkt, ich habe dieses Jahr mit meiner Videoproduktionsfirma einen neuen Rekordumsatz gemacht im sechsstelligen Bereich. Und da bin ich tatsächlich auch sehr stolz drauf. Natürlich, man will ja von Jahr zu Jahr wieder wachsen und so weiter. Aber dieses Jahr haben wir es wieder geschafft, im sechsstelligen Bereich einen Rekordumsatz von letztem Jahr zu knacken. Deswegen bin ich hier schon ein bisschen stolz auf mich selber. Also auch wirklich sehr, sehr cool. Und yes, genau, dann hier direkt beim nächsten Punkt. Die ersten Teammitglieder haben angefangen, für mich zu arbeiten, in meinem Team zu arbeiten und mich zu unterstützen. Das Ganze hätte ich mir vor drei Jahren auch noch nicht wirklich ausmalen können. Also das war vor drei Jahren noch komplett undenkbar. Wenn ich überlege, vor drei Jahren habe ich gerade meine Ausbildung abbrechen müssen, weil die Firma pleite gegangen ist. Drei Jahre später eigene Videoproduktionsfirma und ein eigenes Team hinter mir oder an meiner Seite. Und das fand ich auch mega, mega cool. Und weil ich ja gerade schon angesprochen habe, wir haben hier Ups und Downs gehabt. Es ist so, die ersten Teammitglieder haben natürlich auch wieder bei mir aufgehört zu arbeiten. Kommt natürlich auch vor. Und das sind halt wirklich alles Erfahrungen, die muss man machen. Die gehören dazu. Und man lernt natürlich dann auch daraus. Deswegen hier auch mega cooles Learning daraus oder viele Learnings gezogen, wie das halt wirklich auch ist, mit anderen Leuten im Team zusammenzuarbeiten und so. Auf jeden Fall auch mega, mega cool. Direkt nächster Punkt. Meine Personal Brand Tobi Obermeier ist extrem gewachsen und du bist ja hier eben auch Teil davon. Also wirklich mein Instagram Account, mein YouTube. Ich habe meinen Podcast gelauncht und so weiter. Also wirklich crazy. Ich habe das Ganze ja einfach nur nebenbei gemacht, so meine Personal Brand hier aufzubauen, hier Content rauszugeben. Und wie gesagt, Instagram zu machen. Da findest du ja ganz, ganz viele Insights aus meinem alltäglichen Leben und so weiter. Da könnt ihr mir immer wieder Fragen stellen und so Zeug. Und wie gesagt, das Ganze mache ich ja nicht mit großen Hintergedanken oder hier dieses YouTube oder so, sondern eigentlich wirklich nur, um euch weiterzuhelfen und so weiter. In den letzten zwölf Monaten ist halt wirklich eine extrem coole Community entstanden. Und habe viele neue Foto- und Videografen unter anderem eben auch darüber kennengelernt und so weiter. Also deswegen hier auch ein Punkt, mega, mega cool. Dieses Jahr irgendwie, ja, das Ganze lief irgendwie nebenbei, aber es war trotzdem richtig cool irgendwie. Und genau, dann hier schon der nächste Punkt. Ich habe es gerade schon angesprochen. Ich habe endlich meinen eigenen Podcast, den Creative Business Podcast, gelauncht dieses Jahr. Ich wollte schon, ich glaube, seit über eineinhalb Jahren oder so einen Podcast machen. Und bin wirklich nie dazu gekommen. Ich habe mich irgendwie immer davor gesträubt, keine Ahnung wieso. Der Podcast ist jetzt auch noch nicht lange draußen. Ich glaube seit drei Monaten oder so, wenn überhaupt. Und wir haben trotzdem inzwischen alleine schon auf dem Podcast über 300 Abonnenten. Das heißt 300 Leute, die meinen Podcast abonniert haben. Vielleicht gehörst du ja auch schon dazu. Wenn nicht, check gerne jetzt, wie gesagt, gerne mal den Creative Business Podcast ab. Einfach mal auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer du Podcasts hörst suchen. Oder einfach meinen Namen eingeben, Tobi.obermaier. Dann findest du das Ganze auch. Und wie gesagt, da teile ich eben auch viel aus meinem Geschäftsalltag. Dann gebe ich da Content noch mehr raus. Wie du als Foto oder Videograf dir deine eigene Videoproduktionsfirma oder generell halt mit deiner Leidenschaft Geld verdienst und so weiter. Also wirklich auch sehr, sehr cool. Und deswegen finde ich auch mega cool, dass ich dieses Jahr das endlich mal angepackt habe. Da kommt wirklich inzwischen jede Woche eine neue Folge raus. Deswegen auch sehr cool. Was ich auch schon angesprochen hatte eben, wie gesagt, ich habe halt wirklich meine Personal Brand ein bisschen ernster genommen und habe halt hier so meinen Weg dokumentiert, wie ich als 22-Jähriger wirklich meine eigene Videoproduktionsfirma aufbaue oder aufgebaut habe und eben Content rausgegeben habe und so weiter. Und durch diese Personal Brand habe ich halt immer wieder und häufiger die Nachfrage bekommen oder Fragen bekommen generell zu dem Thema. Hey Tobi, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft? Und ich habe halt wirklich gemerkt, okay, dass nicht nur bei meiner Community die Nachfrage da ist, sondern allgemein auf dem Markt. Wirklich, dass viele Foto- und Videografen mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen, aber nicht wissen wie. Also die haben dann irgendwie Angst zu beginnen, irgendwie in die Selbstständigkeit zu starten. Oder ich habe auch festgestellt und viele Fragen diesbezüglich bekommen, ja wie das Ganze denn ist, wenn man irgendwie so stagniert bei 3.000 Euro im Monat, 2.000, 3.000 Euro im Monat mit der Leidenschaft als Foto- oder Videograf. Dann habe ich dieses Jahr unter anderem auch noch meine eigene Unternehmensberatung gegründet, wo ich eben Foto- und Videografen inzwischen dabei helfe, mehr aus ihrer Leidenschaft zu machen, also wirklich Geld damit zu verdienen oder eben zu skalieren. Und das Ganze mache ich jetzt seit rund einem halben, bisschen länger als ein halbes Jahr und habe da inzwischen auch schon Dutzenden Foto- und Videografen erfolgreich dabei geholfen. Und das macht mich halt extrem glücklich, wenn ich halt wirklich mit meinem Wissen, das ich mir in den letzten drei Jahren mit schlaflosen Nächten, durch Bücher, Mentoren und so weiter, wenn ich mein ganzes Wissen halt an andere Foto- und Videografen weitergeben kann und da halt wirklich sehe, dass die Erfolgserlebnisse haben, Kunden generieren, Umsatz machen und sich halt vielleicht ein anderes Leben ermöglichen können wie in einem 9-to-5-Job und so weiter. Deswegen hier meine Unternehmensberatung auch in 2021 gegründet, wird 2022 auch nochmal extrem, extrem viel cooler und krasser und da habe ich auch viel, viel vor mit in Zukunft jetzt im kommenden Jahr, genauso wie mit der Videoproduktionsfirma selber natürlich auch. Habe ich auch nie gedacht, wie gesagt, dass ich irgendwie mal anderen Foto- und Videografen zeige, so wie man das Ganze macht, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten hat sich mein Mindset dieses Jahr enorm verändert. Ich habe tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal wirklich intensiver Bücher gelesen, habe mich wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so weiter beschäftigt. Das habe ich einfach davor wenig gemacht, würde ich behaupten. Ich würde nicht sagen gar nicht, aber wenig. Und in dem Jahr 2021 ist halt so viel passiert und ich habe mir so viel Wissen auch, was Mindset und Persönlichkeitsentwicklung angeht, angeeignet, dass ich einfach als Mensch extrem krass gewachsen bin. Also wirklich crazy. Wenn ich jetzt nur ein Jahr zurückdenke, genau heute vor einem Jahr, weiß ich noch, was ich gemacht hatte und wie ich da drauf war und so weiter. Und heute, wie gesagt, komplett anderer Mensch. Und da sieht man halt einfach mal, was alles in nur einem einzigen Jahr passieren kann. Natürlich, du musst dafür was tun. Du musst dich mit dir selber beschäftigen, mit Content beschäftigen, mit Wissen beschäftigen. Du musst dir Wissen aneignen und so weiter. Du musst was tun, dass sich was verändert. Oder nicht nur aufs Business bezogen, auch irgendwie gesundheitlich in deiner Beziehung oder was auch immer. Du musst was machen. Aber jedes Mal, wie gesagt, heute ist der 31.12. Und ich bin selber immer überrascht, was in einem Jahr möglich ist. Und vor allem dieses Jahr, also wirklich 2021, war wirklich crazy in allen möglichen Hinsichten. Aufs Business bezogen, privat, persönlich, Familie, Freunde und so weiter. Also wirklich crazy und jetzt werde ich hier gerade angerufen. Bro, ich nehme gerade ein Video auf. Ich rufe dich gleich zurück, ja? So, und wie gesagt, also wirklich, ich finde es crazy, was in einem Jahr passieren kann. Und vielleicht nimmst du dir das auch mal zu Herzen. Egal, was du dir vorgenommen hast oder was du dir jetzt für 2022 vornimmst. Schau mal, wo du jetzt stehst. Zieh ein Jahr durch und guck einfach dann selber mal, wo du in einem Jahr stehst. Und das ist wirklich crazy. Deswegen nimm dir das zu Herzen. Und in diesem Sinne möchte ich mich, wie gesagt, jetzt hier auch mal wirklich bei jedem Einzelnen von euch, bei dir, bei dir, du schaust hier gerade zu, möchte ich mich wirklich bedanken, weil du bist ein Teil von meiner Community. Das macht mich wirklich mega happy. Wie gesagt, meine Personal Brand hier im Internet, auf Social Media ist extrem gewachsen in dem letzten Jahr. Und ich habe wirklich auch in den letzten Monaten vor allen Dingen extrem viel Feedback von euch bekommen. Positives Feedback. Und genau das ist der Punkt, warum ich das Ganze mache. Wie gesagt, ich müsste Social Media überhaupt nicht machen. Ich müsste euch keinen Content hier auf YouTube for free geben. Ich müsste keinen Podcast machen. Ich müsste meine Personal Brand auf Instagram, meine Personenmarke irgendwie nicht machen und euch da Einblicke geben oder so. Weil letztendlich habe ich nicht viel davon, aber das Ganze mache ich eben, um dir weiterzuhelfen, um dich weiterzubringen. Egal, ob das irgendwie Mindset-technisch ist, ob das persönlich im Business als Foto- oder Videograf oder generell in irgendeiner Weise ist, möchte ich dich einfach nach vorne bringen, möchte einfach ein bisschen von meinem Wissen eben mit euch teilen. Und wenn du sagst, du hast dieses Jahr nur ein einziges Mal irgendeine Kleinigkeit von mir lernen können oder so, bin ich schon überglücklich. Es gibt natürlich auch Leute, die sich wahrscheinlich denken, was macht Tobi da für ein Scheiß-Content oder wen interessiert es denn? Aber das ist mir vollkommen egal. Dann schalt ab, wenn es dich nicht interessiert. Aber wenn du, wie gesagt, nur eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit irgendwie mitnehmen hast können, dieses Jahr 2021, dann bin ich froh. Und genau deswegen, genau deswegen mache ich das Ganze hier. Und deswegen wollte ich mich einfach nur mal bei dir wirklich herzlich bedanken, dass du mich auf diesem Weg begleitest. Und das Ganze gibt mir auch immer wieder Kraft, wenn ich dieses positive Feedback von euch bekomme. Egal, ob das unter meinen YouTube-Videos ist, ob das auf Instagram ist oder, keine Ahnung, Bewertungen von meinem Podcast oder so. Ganz egal, was auch immer das ist, das macht mich glücklich und motiviert mich weiterzumachen. Ja, ansonsten, glaube ich, bin ich hier auch schon durch mit diesem Video. Wie gesagt, das war mal hier ein bisschen anders als sonst, aber ich wollte das einfach heute mit euch oder mit dir einmal kurz teilen. Und ja, wenn du bis hier das Video jetzt angeschaut hast, 2021 war nicht einfach, für uns alle nicht. 2022 wird auch nicht einfach, aber wir sind 2021 alle gemeinsam wieder ein Stück besser geworden, als wir das Jahr oder am Anfang des Jahres waren. Und deswegen, 2022 wird nochmal ein ganz anderes Level bei uns allen. Das verspreche ich dir, das verspreche ich mir selber. Und deswegen, bleib motiviert, bleib dran, bleib so wie du bist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Rutsch und einen erfolgreichen Rutsch ins neue Jahr. Rutsch nicht zu weit. Und yes, in diesem Sinne freue ich mich natürlich auch auf dein Feedback auf dieses Video hier. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du mich auf dem Weg hier bis hierhin begleitet hast. Und in diesem Sinne, wir sehen uns vermutlich sehr wahrscheinlich erst wieder 2022. Und in diesem Sinne, keep creating, euer Tobi. Ciao.